Wir schauen auf die Strecke für den Mann aus Litauen. Er ist das Wittkauskas, Brücke Nummer 56, erwarten wir jetzt bei Inernis 12, dem HSBC Hexagon Corner. Auch das wieder die besondere Herausforderung. Danach übrigens auch Inernis 13 und 14 der Wittinger Sprung. Die Wittinger Sprung, ein besonders muterforderliches Inernis mit einem tiefen Graben. Drunter, schauen sich das mal an. Also das ist auch eine Mutprüfung. Und Bikriki und Viktoria Matzen bis zum Ende des 23.0. Das heißt, jetzt kommt noch ein weiteres Wasser. Inernis, da sind sie drin im Wasser. Viktoria Matzen und Bikriki haben ebenfalls diese Wasser.